Es gibt ein Stück, das ich mit Ralf Illenberger im Duo spiele und das möchte ich euch jetzt vorspielen. Natürlich hört ihr nur meinen Part, aber dadurch, dass das Stück so entstand, dass ich meinen Part zuerst fertig hatte und Ralf seinen dann als riesen Sahnehäubchen obendrauf gemacht hat, funktioniert das Stück auch nur mit einer Gitarre, das heißt Drachenflug. Und wenn ihr das mit Sahnehaube hören wollt, dann müsstet ihr dann mal die CD anhören mit Ralf Illenberger. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.